Oh mein Gott, es ist er. Wer macht Probleme? Ich komme. Moin. Was ist passiert? Es ist er. Es ist er wieder. Mich so, was ist passiert? Wie betrifft man sich wieder? Habe ich irgendwas Schlimmes gemacht? Schlechte Erfahrungen? Nein, das so nicht. Nein. Du hast gesagt, oh Mann, es ist er. Erinnerst du dich noch an mich? Ja. Weil ich mit allem gerechnet habe, außer mit dir. Ja, Sam. Mich so, was ist passiert? Mögt ihr mich nicht? Hast du deinem Onkel schon die Zehennägel geschnitten? Äh, da passt du nicht gut auf. Es geht um Pickel. Ja, da passt du gar nicht gut auf. Null. Ja. Zehennägel. Ey, muss ich mal merken. Danke, mach ich nächstes Mal. Den nehm ich mit rein. Ja, Onkel, ich schneide dir gleich die Zehennägel. Den nehm ich mit rein. Ich hasse ihn so sehr. Ich hasse ihn so sehr. Wieso hasst du mich? Sag dann, dass du keine Fehlder hast und das mit deinen Zehen machen musst. Nein, das ist eklig. Das muss ich echt mal schon machen. Aber, da lacht man auch nicht. Einmal musste ich das machen, weil wir keine Schäden hatten. Nein, ich mein, das war gern, so drauf zu lachen. Das ist lustig. Okay, sorry. Ich beheiß mich. Von eklig. Da waren da so Sachen in meinem Mund eklig. Aber das mit Zehennägel ist gut. Hast du noch ne Idee? Ähm. Aber Ideen bitte, die ich noch nicht gemacht hab. Sag mal, Onkel. Boah. Du hast so viel gemacht. Ich hab echt die Sachen echt gemacht, aber das wissen die Leute nicht. Ich erzähl das nur, aber das passiert wirklich. Aber bitte nicht klippen oder so. Hört auf. Hört auf. Lacht auf. Du bringst mich auf Ideen. Ähm. Was kann man denn noch machen? So bringen. Vielleicht sein Kaugummi kauen. Oder vorkauen, damit er das besser kauen kann. Weil er keine Zähne hat. Der ist stark. Der ist stark. Du musst seine Suppe vorkauen, dass er sie essen kann. Das ist es ja. Was? Hä? Kurze Nebenfrage. Bist du zufällig blond? Ja, wo warst du das? Hä? Easy peasy. Wenn ich dich seh, dann kriegst du einen Freeze hier. Aber ey, wie alt seid ihr? 18. Ja, aber seid ihr zusammen? Nein, das ist mein kleiner Bruder. Ach so. Hallo kleiner Bruder, wie geht's dir? Sehr gut, ne? Auch gut. Wie heißt du, Bruder von der Frau? Menthol. Menthol? Was? Mhm. Nein, ich hab's nicht verstanden. Menthol. Menthol? Ja. Voll cool. Menthol, Menthol. Mhm. Was war so dein Name, was sie immer zu dir gesagt haben? Nochmal. Was ist dein Spitzname? Natürlich Spitz, also bist du Spitz. Nein, ich mein dein Spitzname. Alte Fresse. Bist du Mentor? Der Doktor ist gar nicht hier oben. Soll ich dein Mentor sein? Nee. Und was würdest du dir sagen, was du im Leben, als ich einmal spazieren war, wieviel habt ihr schon Leute gesehen? Also habt ihr auch mal wieviel Frauen habt ihr und wieviel Männer insgesamt? Heute? Ja. Weil jedes Mal... Jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Pickel im Fernsehen sehe, dann muss ich fast weinen. Das ist nicht gut. Alles gut, Leute? Ich hab einen Chip verschluckt. Hallo? Mann, ich esse Chips und ich hab mich verschluckt. Oh, oh, Cola, Cola. Ganz viel Cola. Ich hab nur Alcool. Ich hab einfach nur Alcool hier. Ih, das ist eklig, mach das weg. Hm, nam nam nam. Was war das? Was? Diesen Namen nam nam. Nam nam nam. Also, Roman hat sich gestern einen Tisch gekauft. Jetzt ist er Roman Tisch. Den hab ich selber verstanden. Ja? Zu welcher Musik tanzen Osterhasen am liebsten? Keine Ahnung. Hip Hop. Alter. Hör auf, hör auf. Ich darf nicht schon aus sein, mein Onkel schläft. Was ich fragen wollte, ist, wie nennt man einen Rollstuhlfahrer im Sommer? Hot Wheels. Hot Wheels. Alter, was lachst du? Der lacht darüber einfach. Echt? Geht gar nicht. Nein, das macht man nicht. Meine Oma ist Griechen. Väterlicherseits. Ich hab wegen Väterkäse. Alter. Ich warte, kann ich mich ein bisschen hinsetzen? Ich stehe die ganze Zeit. Ist in Ordnung? Ich setz mich so zählen. Aber Jens, ich hab gesehen, du hast ein wunderschönes Level. Wie meinst du? Die Zahl. 69? Ja, was ist damit? Ich meinst du, weil, wenn man die Zahl umtritt, ist es wieder 69? Nein, nein. Ob du auch 69 möchtest? Ab und zu? Du und ich, was? Ich hab das nicht ganz verstanden. Wieso haben Polizisten immer eine Schere dabei, um den Dieb den Weg abzuschneiden? Schnell in die Zone. Pass auf, da ist irgendwas auf der Straße. Ein Klimakleber. Ha! Den hab ich ja... Der war gut, oder? Oh! Der hat den Geburt de Braille in den Quantro. Eine Jenny hat mich geholt. Jenny 137! Ich wünsch dir was, ja. Hey warte, wollt ihr in nem Video von mir dabei sein? Hab ich aus. Du akzeptierst keiner? Ja, ich darf das leider nicht, mein Onkel will nicht. Aber ich kann das nicht. Aber habt ihr euch schon mal getitzelt? Ja. Ja. Und wer hat gewonnen? Äh, ich. Boah. Oh mein Gott, dein Ernst, Junge? Ja, weil du auch Finger in die Glase hast. Das ist voll unfair bei Frauen. Wir gewinnen immer. Viel Spaß euch noch. Und nicht so viel. Was ist passiert, wenn ich fragen darf hier? Ich bin grad reingekommen. Ja, nicht viel, Alter. Wir haben grad gesagt, für 50 Cent hat das Budget bei den Kollegen nicht gereicht. Ey, der Arme. Vielleicht hat er 5 Cent gefällt. 45 and one Handel. Mir bitte, was hast du gesagt mit was? Überweis dir mal 100 V-Bucks. Kannst du Deutsch bitte reden und nicht andere Sprachen? Junge, was ist heute mit diesen ganzen Leuten und ihrem Deutsch los, Alter? Ja, du bist voll nett bestimmt. Hast du ein Bart? Ja, ich hab ein Bart. Ja, okay. Aber es kitzelt vor deinem Küssen. Ich hasse das. Lass mal zocken. Was? Ja, man, der ist gegen... Also, ich weiß ja nicht, dein... Nein. Ich wollte gerade sagen, dein Bart sollte nicht dich kitzeln. Da sollte andere Kitzeln, Mann. Ich weiß ja nicht, Cousin. Aber du hast was falsch verstanden mit dem Bart, weißt? Achso, nein. Weil mein Onkel hat das mal ausprobiert. Das hat gekitzelt bei dem. Lass mal zocken. Und nicht über deinen Onkel und dich reden, Mann. Nein, weil mein Onkel hat mich vor kurzem zu was gezwungen, aber egal, ihr lacht nicht aus. Was geht da? Okay, lass einfach zocken, Mann, bitte. Bei Gott. Nein, also, ich war letztens... Nee, nee, geh nicht ins Detail. Nee. Tu uns das bitte nicht an. Mein Onkel hat mich am Nacken gepackt, hat sein T-Shirt hochgekrempelt und hat gesagt, nicht ausdrücken. Yo. Ich musste die ganzen Pickel ausdrücken. Junge, Alter. Oh, fuck, Alter. Ich kann mich gerade nicht mal auf den Gegner konzentrieren. What the fuck, Alter. Warum lachst du nicht? Jesus fucking Christ. Nein, aber ich hab Schutzbrille und so gehabt. Das ist alles in Ordnung. Okay, passt. Ich komm zu euch. Was geht bei den Menschen ab, Alter? Ja, ich hatte auch Handschuhe, alles in Ordnung. Also, mir geht's gut, danke, dass ihr fragt. Ja, sicher geht vor, ne? Ja, aber... Also, er hat mich gefragt, ob ich das auch bei seinem Kumpel mache, beim Uwe. Aber ich mach's, glaub ich nicht. Weil der Uwe, der hat... Über den Rücken hat er so Pickel. Digga, meine armen Gehirnzellen, Bruder. Was ist passiert? Geht's dir gut? Muss ein Doktor? Hallo? Jo, geschenk. Ich bin dann mal raus.